Das Wetter in der Woche, diesmal Paris, die Anschläge. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, das sind die großen Werte der französischen Revolution. Für Werte, für die wir auf die Barrikaden gegangen sind, unsere Väter und unsere Ur-Väter auf die Barrikaden gegangen sind, für das die Arbeiter und die Emanzipationsbewegung standen. Aufklärung, Humanismus. Und das darf man sich nie aus der Hand nehmen lassen. Von niemandem. Darum geht es in diesen Tagen. Keine Schnellschüsse, sondern auf dem Teppich bleiben. Weiter diskutieren, weitermachen, Zivilcourage zeigen, Haltung zeigen. Und wenn es sein muss, schweigen.